Heute gibt es keinen Reim, denn dieser Fisch ist voller Schleim. Ich kann nicht mehr. Du musst wirklich reimen schneller, sonst wirst du zum Storyteller. Holy shit. Er macht es schon wieder. Er macht es schon wieder, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu Indie Fresse, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen, in dem Dennis Kogel und Markus Richter zwei wöchentlich im festen Rhythmus und unterstützt durch treue Steady-AbonnentInnen die große Welt der Spiele besprechen und ab und zu Unfug treiben. Hallo und herzlich willkommen, Dennis. Hey, Markus. Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Ich sage irgendwie, dieses Mal wird er doch keinen Einstiegsreim finden und dann tut er es wieder. Das ist so schön. Also, was wirklich sozusagen heute passiert ist, ist, mein Kopf hat wirklich ausgespuckt, heute gibt es keinen Reim, weil ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen fertig und in the blues, aber mein Kopf hat dann ausgespuckt, heute gibt es keinen Reim und hat direkt danach gesagt, denn dieser Fisch ist voller Schleim. Wir werden nachher noch verstehen, was es damit auf sich hat. Es ist auch vor allem so genial, weil es dann noch der Tease auch später ist, weil das ist das zweite Spiel, um das es heute geht. Es ist so gut und das, also wirklich, ich finde, man kann es ruhig mal öfter schlecht drauf sein. Nein, Dennis. Nein. This is not how mental health works. Aber gut, ähm, lass uns, äh, lass uns, lass uns, ach so, oder dazu später. Ha, lass uns erst mal zu Geschichten kommen. Wir gehen heute gleich mal Tabula Rasa oder wie das heißt. Stellt euch vor, ihr bekommt die Aufgabe darzustellen, dass Eva an gebrochenem Herzen stirbt. Dann nehmt ihr einfach in das erste von drei Panels die Szene Kulisse Liebe, setzt Adam und Eva rein. In die zweite Szene setzt ihr den Friedhof rein und dort stirbt Adam. Und in die dritte Szene setzt ihr einen Friedhof ein und dort stirbt Eva. Zack, fertiges Spiel. Level gelöst. Und das ist auch schon das ganze Spiel, über das wir jetzt sprechen, nämlich Storyteller. Storyteller. Das ist so crazy, dass wir über dieses Spiel sprechen, weil dieses Spiel 15 Jahre in Entwicklung war. Und also im Prinzip ist diese Zeit, dieses Spiel, also spannt einen Bogen von Anfang der Indie-Games-Bewegung bis ins Heute. Weil so lange war es einfach in Entwicklung. Und dass es jetzt draußen ist, also ich finde es, ich habe Gefühle dazu. Ich finde es erstaunlich. Also ich hätte nie geglaubt, dass es jemals rauskommt. Weil ich erinnere mich an so, weiß nicht, uralte Blogposts Rock, Paper, Shotgun. Und dann so hinweg, hey, gucken wir euch mal dieses coole Spiel, Spielidee an aus dem, aus dem Entwicklerforum so, wo Leute darüber gepostet haben. Oder hey, hier gewinnt es mal irgendwie so ein, so einen Ideenpreis beim Independent Games Festival und so weiter und so fort. Und dann kommt es einfach niemals raus. Ich dachte, es wäre halt Vaporware. Ich dachte, es würde niemals erscheinen. Und jetzt in, there it is, 1499. Wollen wir noch ein bisschen mehr, nicht über das Spiel sprechen, sondern über Rahmenbedingungen. Weil es gibt ja so Indie-Publisher, die einen recht guten Namen haben. Also wo die Spiele, also wo man schon weiß, wenn da was rauskommt, also das ist nicht immer gut, aber man guckt es sich zumindest an. Und einer dieser Publisher, siehst du, genau darauf will ich zu sprechen kommen, einer dieser Publisher ist Annapurna Interactive. Und wenn du die gesamte Kommunikation zu dem Spiel siehst, ist es ein Spiel von Annapurna Interactive. Und nicht von Daniel Bern-Megui, dessen Name ich jetzt wahrscheinlich fürchterlich gebuttert habe. Und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das finde. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich das, also Publisher haben ihre Aufgabe, haben ihren Platz. Aber ich habe hier zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, da wird irgendwie, irgendwie stimmt es nicht. Ja, ist ganz interessant. Also ich finde, also Annapurna Interactive ist ja, würde ich sagen, ist einer von diesen Indie-Publishern. Was weird ist, weil ich meine, man könnte sagen, etwas, was ein Publisher hat, das ist nicht Indie so. Dann sind wir irgendwie in so Strukturdiskussionen. Ach Dennis, das ist so 2019. Das ist 2019, ja. Oder noch früher, 2012 ist das schon. Okay, nein, aber was interessant bei Annapurna ist, es ist ja, es ist genauso wie zum Beispiel Devolver. Ist das ein Publisher, der für eine bestimmte Ästhetik steht, der für einen bestimmten Stil steht? Also zum Beispiel Devolver, und da, kurzer Hinweis, ich habe auch an einem Spiel gearbeitet, das dann Devolver gepublished hat. Ähm, aber bei Devolver ist es zum Beispiel so, da ist es irgendwie sehr so Neonfarben, es ist oft so ein bisschen, ein bisschen funky, so Blutsplatter, es soll so ein bisschen comichaft überzogen sein. Und Annapurna dagegen ist so artsy und mehr so Gefühle und so weiter und so fort und ein Spiel über einen jungen Musiker, der erwachsen wird und so weiter und so fort. Also man merkt da so einen gewissen Stil und das ist ein bisschen cool, weil man sich da so ein bisschen auch orientieren kann, weil wenn irgendwas von Devolver rauskommt, wenn irgendwas von Annapurna rauskommt, dann weiß man, ah, das hat eine bestimmte Qualität, das hat so einen bestimmten Vibe und damit kann ich irgendwie rechnen. Aber ja, klar, du hast recht, es ist dann komisch, wenn es dann den Einzelnen, also dann in dem Fall den Einzelnen wirklich Menschen verdeckt, der das gemacht hat. Ja, sah es ein bisschen, obwohl das, nee, muss ich vielleicht später dazu kommen. Anyways, das Spiel, das Spiel selbst, das Spiel selbst hat eine fantastische Prämisse, nämlich es geht um Geschichten erzählen und das funktioniert wie folgt, also wirklich diese Szene, die ich am Anfang beschrieben habe, ist der zweite Level, glaube ich. Also du kriegst eine Überschrift und das ganze Spiel ist ein Buch, das Buch klappt auf und dann hast du eine Überschrift und dann hast du so leere Panels, also wie so Comic-Panels, wo aber nichts drin ist. Und unten hast du zwei verschiedene Sachen, nämlich einerseits Szenen, das kann man sich vorstellen wie die Kulisse für jedes Panel und dann Charaktere, die du da reinsetzen kannst. Und dann ist die Überschrift eben, wie gerade beschrieben, Eva stirbt am gebrochenen Herzen und dann musst du versuchen, mit deiner Kombination aus Szenen und diesen Leuten nachzustellen, was diese Überschrift sagt. Und wenn du es richtig gemacht hast, macht es blum und dann hast du das Level gelöst und kannst zum nächsten gehen. Du kannst auch das, du musst nicht, du kannst alle Level sofort spielen. Also es ist sozusagen tatsächlich, das finde ich ganz angenehm an dem Spiel auch. Voll. Und dann gibt es ab und zu noch, du spielst das Level durch und dann kommt sozusagen noch so eine Condition, die du erfüllen musst. Also ein Bonusziel. Ja genau, Bonusziel, dann kannst du das Level quasi nochmal durchspielen. Und dann hat das Spiel noch eine Ebene. Es gibt Überschriften, die erstmal sozusagen banal ausgedacht klingen, aber wenn die auf eine bestimmte Art und Weise löst, kriegst du das Achievement, was dir sagt, du hast jetzt eine berühmte Geschichte nachgespielt. Also es gibt zum Beispiel, das heißt glaube ich doppelter Gifttot oder so ähnlich oder doppelt vergiftet. Und wenn du das auf eine Art und Weise arrangierst, wo, warte mal, wie ist das, wie rum ist das jetzt, wo ein Liebender stirbt und dann trinkt der andere Gift und dann revivet der Erste, sieht, dass der andere tot ist und bringt sich dann auch um mit Gift, dann kriegst du das Achievement Romeo und Julia, weil du dann diese Geschichte nachgestattest. Also es gibt es auch ein offensichtlich, also es gibt ein Ding, da musst du Godot nachstellen. Klar. So, das ist das ganze Spiel und das ist so ganz, das ist so mit so einer schönen, also ich will mal Buntstift sagen, das stimmt nicht ganz, aber es ist halt so Pergamentpapier irgendwie und dann so Zeichnungen drauf. Die Charaktere sind auch so ein bisschen animiert, wenn die so grollig sind, machen die so, äh, wenn sie liebsten. Ja, 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 ja. Und es gibt so Soundeffekte und so und das ist alles, alles ganz süß, dauert zwei bis drei Stunden, sehr, sehr, sehr kurz, aber macht sehr, sehr viel Spaß und bis auf drei Level sind alle auch mega zugänglich. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zur Spielmechanik, nämlich was, was das, äh, was das, äh, also quasi, weil so wie man, wenn man das beschreibt und das so hört, dann würde man eigentlich schnell darauf kommen, naja, okay, es ist, also quasi, es ist ein, ein Puzzlespiel, wo bestimmte, äh, wo bestimmte Aktionen bestimmte Reaktionen zutage fördern, ne, also quasi so von wegen, in jedem Level gibt es da so bestimmte Lösungen, die man, die man machen kann und wie man quasi zur Lösung vom, vom Titel kommt im Prinzip. Und was das Interessante oder was das Erstaunliche ist an Storyteller ist, dass das technisch aber irgendwie so im Hintergrund super, super kompliziert wohl ist, weil da halt so ein richtig, richtig, ähm, krasses System dahinter steckt, wie man quasi, äh, wie diese Aktionen miteinander verwoben sind und wie der Status von den Figuren sich verändert und so. Also, man kann irgendwie ganz lustig damit auch so rum experimentieren, wenn man diese Geschichtenpanels so ein bisschen rum verschiebt und dann ändert sich dann sofort die gesamte Geschichte. Also quasi, wenn, wenn, dein Beispiel vom, äh, vom Anfang, Eva, äh, Eva ist tot oder so und dann könnte man, ähm, dann könnte man, oder Adam ist tot, dann könnte man quasi die letzte Szene, einer der Liebenden steht traurig vorm Grab des anderen, könnte man das ganz an den Anfang stellen und dann, äh, guckt quasi der eine, guckt einfach ein verwirrter Mensch, auf ein Grab von einem Menschen, dem nichts bedeutet, weil sie haben sich ja, sie haben sich ja gar nicht verliebt, so, und das verschiebt sich dann und dann gibt es Figuren, die, äh, leichter erzürnt sind als andere und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, der das Spiel, ähm, also, weil es ist halt ein bisschen, es ist, also ich komme nicht darauf, ob es nicht genug ist, meiner Meinung nach, aber es ist halt ein bisschen mehr als nur ein Puzzle. Also, weil das, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Teil, es gibt so Dinge, ähm, die, du musst sozusagen, du musst manchmal die Motivation erst erst erstellen, genau was du gesagt hast, ne, es wird erst der Tod eines Liebenden, wenn die verliebt sind, und es gibt halt so ein, so ein, äh, so ein Kapitel mit Detektivgeschichten und da ist es dann oft nicht so, also, du weißt schon, welche Gestalt der Täter sein soll oder die Täterin, aber du musst halt oft in der Geschichte erst mal einen Anlass herstellen. Also, warum will die denn jetzt morden? Und da, finde ich, macht das Spiel was Spannendes, wo es nämlich tatsächlich sozusagen eine Geschichte erzählt, übers Geschichten erzählen, weil du eben dann lernst, wie so Dinge ganz banal, also ganz basal, also im grundlegenden Skelett sozusagen aufgebaut sind. Das finde ich, finde ich clever. Ja, und ich glaube, genau das ist auch so das, was, was dann, äh, Daniel Ben-Mergui, diesen Entwickler dahinter, 15 Jahre lang ein Rätsel aufgegeben hat, weil er hatte quasi vor 15 Jahren diese Idee, war dann so, das ist doch lustig, dann, äh, macht man so eine kleine Geschichte. Und dann hat er irgendwie angefangen daran zu arbeiten und gemerkt, holy shit, das ist unglaublich kompliziert, weil dann, weil du dann irgendwie dazu kommst, wie man Geschichten erzählt, wie Figuren Motivationen haben oder Motivationen verlieren, was sie wissen, was sie nicht wissen. Es gibt so einen Artikel, können wir gerne verlinken, äh, äh, bei Vulture, da geht's ganz viel darum, dass er dann auch sagt, naja, irgendwann, äh, hatte ich, hatte ich überlegt, ob, ob Leute versteckte Information haben können oder sich gegenseitig anlügen können oder sowas. Also, dass jemand, jemand sagen kann, nee, ich hab aber irgendwie deinen, deinen Großvater gar nicht ermordet oder so. Und dann kann man daraus irgendwas machen oder eben nicht machen und so weiter und so fort. Aber das war dann einfach viel zu kompliziert. Und jetzt komm, weißt du, jetzt komm ich, der Typ, der sozusagen einfach nur das Spiel sieht und nicht die 15 Jahre langer Arbeit und sagt, ich finde, dem Spiel fehlt ein bisschen was. Aha. Ne, weil, und so, und das liegt aber andererseits, da kommen wir auch wieder zum Publisher, glaube ich, das liegt ein bisschen auch an der Werbekommunikation. Mhm. Weil die, das Versprechen, was das Spiel so ein bisschen gemacht hat, war so, du kannst hier Geschichten nacherzählen und auch ändern. Mhm. Und das stimmt aber nicht, ne, weil das Prinzip ist eben so, du hast eine Überschrift und wenn du die auf eine bestimmte Art und Weise nachbildest, dann hast du eine bekannte Geschichte nachgestellt. Was das Spiel aber nicht macht, ist, du hast eine bekannte Geschichte und die kannst du ändern. Also so ein Was-wäre-wenn, ne, also was wäre, wenn die Stiefmutter, äh, die böse Königin bei Schneewittchen gar nicht böse wäre. Mhm. Das gibt's nicht. Und ich finde das eine interessante Selbstbeobachtung, weil ich werfe dem Spiel das vor, weil in meinem Gefühl in dem sozusagen Vorab-Material der Eindruck erweckt wurde, das würde eine viel größere Rolle spielen. Tut es aber nicht. Ja. Und das andere, was ich sehr, sehr schade finde, ist, das System ist so modular, warum gibt es da keinen Baukasten für SpielerInnen? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, weswegen, also beides, weswegen, dass zum Beispiel auf Steam super viele negative Reviews bekommt, also das und die Kürze des Spiels, die ist etwas, was Leute aufregt. Na, ich weiß nicht, ich finde, kann man drüber reden. Also, ich fand, ich fand auch, also ich hatte eine gute Zeit irgendwie diese zwei, zwei Stunden, die ich das gespielt habe und das war schön und toll, als irgendwie, das war ganz witzig, weil ich, ich hab das auf dem Steam Deck gespielt und dann saß Iris daneben, hat irgendwie gesehen, was ich da so mache, fand das irgendwie spannend und dann haben wir so ein paar Level zusammengelöst, weil, weil ich dann auch so einen Denkfehler hatte und da irgendwie nicht weitergekommen bin. Und das war total schön, das war so ein, wow, das war ein superschönes Puzzle-Zusammenspiel-Erlebnis. Und, aber oft dachte ich mir so, ja, da fehlt was, also weil oft ist es wirklich so, die Überschrift sagt dir, was du machen sollst, dann machst du das und das, so. Und das ist, es ist oft, also mir war es selten auch selten so richtig, so richtig ein Rätsel, bis auf ein paar Mal, wo man dann echt so ein bisschen dran zu knabbern hat. Also es ist ein bisschen simpel. Aber hast du alle Achievements? Nö, glaub nicht. Das, das, das finde ich nämlich ganz witzig, weil ich hasse Achievements ja wie die Pest. Mhm. Ähm, aber in dem, in diesem einen Fall finde ich es tatsächlich gut, weil das Spiel hat, glaube ich, irgendwie elf oder zwölf Achievements. Ich habe nach dem Durchspielen drei. Okay. Ähm, das heißt, da sind irgendwo noch unerzählte Geschichten. Jetzt tut das Spiel sich selber keinen Gefallen damit, dir nicht zu sagen, wo das ist. Ähm, so. Und das andere ist, ich muss jetzt heute, heute muss du mal den Grumpy Teil übernehmen. Ich finde das nicht zu kurz. Also, nicht im Sinne von, ähm, klar hätte ich das gerne auch noch eine Stunde weitergespielt. Total gerne. Ähm, aber jetzt nicht zu kurz im Sinne von, das ist das Geld nicht wert oder so. Das sind sehr amüsante zwei bis drei Stunden, die man da, äh, damit zubringt. Und es kostet halt irgendwie fucking 15 Euro. Also, das ist für manche Leute viel Geld, aber das ist in dem Markt, in dem wir uns bewegen, jetzt irgendwie, also jederzeit nehme ich lieber das Polish-Drei-Stunden-Spiel als halt irgendein Unpolished-Zwölf-Stunden- oder-50- oder-130-Stunden-Spiel. Also, ich kann, da kann ich nicht so richtig hassen. Weil es ist sehr gut. Ja, verstehe ich. Ja, 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 genau. Es ist, es ist sehr gut, weil ich glaube, mein Problem, warum ich am, am Ende so ein, also ich war, es war so komisch, weil ich war am, am Anfang total gehypt. Dann fand ich super, dann war ich am Ende so ein bisschen grumpy, jetzt bin ich, bin, bin ich auch wieder versöhnt so ein bisschen wieder mit dem Spiel. Und ich glaube, dieses grumpy-Gefühl, das ich am, am Ende davon hatte, ähm, kam tatsächlich daher, entweder, was ich mir darunter vorgestellt habe, wie 15 Jahre lang, oder so wie das dann am Ende kommuniziert wurde, was es, was es ist. Weil, ich war dann überrascht davon, dass es kurz ist. Ich dachte, ich dachte irgendwie, man spielt diese quasi, weiß nicht, das sind so 10, 11 Kapitel oder sowas mit jeweils dann so 13, okay, 13 Kapitel mit irgendwie jeweils so vier Leveln. Ja. Und dass danach dann nochmal, dass man dann nicht ein Ende freischaltet, wo man sagt, Dankeschön, sondern dass man dann irgendwie, weiß nicht, einen neuen Spielmodus freischaltet oder dass sich das Spiel dann irgendwie öffnet oder dass das, wie du gesagt hast, dann plötzlich irgendwie anfängt, Geschichten, bekannte Geschichten zu twisten und zu verändern und irgendwie, dass dann nochmal so eine Ebene draufkommt, tut es aber nicht. Und ich glaube, wenn man weiß, das, was man da bekommt, für 15 Euro ist ein zwei bis drei Stunden wirklich cleveres, toll gemachtes Puzzlespiel, das eine interessante Mechanik hat, sie einigermaßen explort, vollständig, Fragezeichen, weiß ich nicht, ich glaube, ich stimme dir dazu. Ich glaube, das heißt nicht umsonst Buch 1. Ah ja, okay. Okay. Und ja, weiß nicht, also ich glaube, wenn man diese Erwartung, also quasi, wenn man Erwartungsmanagement betreibt und weiß, worauf man sich da einlässt, dann ist das sehr schön. Und wenn man denkt, wenn man sich da irgendwie so ein Gebilde vorstellt von wegen, mit diesem Spiel, das ist so ein Story-Baukasten, ich baue mir dann so Storys zusammen und wow, Romeo und Julia, aber was, wenn Romeo sich in seinen Kumpel verliebt? Holy shit, wäre das nicht lustig? Dann ist es das nicht. Das heißt, Indie-Fresse-HörerInnen haben echt ein Megaglück, weil sie mit der richtigen Erwartungshaltung an das Spiel rangehen können. Das ist doch mal was. Ja. Fuck. Ich wollte gerade eine Sache noch sagen. Aha. Ach so, genau. Ich habe das im Radio rezensiert und habe dann, da suche ich manchmal nach so Bildern, um sozusagen nicht Computerspielen, Spielen, denn die das hören, sozusagen auch was mitzugeben. Und mein Fazit da war so ein bisschen, Storyteller ist ein unfassbar leckeres Gericht, also ein Essen, was dir sehr lecker schmeckt, aber du hast die ganze Zeit gefühlt, das ist eigentlich Teil eines sehr viel größeren Drei-Gänge-Menüs. Das kommt aber nicht. Aber es ist trotzdem lecker, es ist trotzdem sehr, sehr lecker. Ja, es ist aber auch so, um dabei im Bild zu bleiben, es ist ja auch so, wenn man in so ein fancy Restaurant geht, was ich beizeiten gerne mache, dann sind die Vorspeisen so das Geilste und dann quasi der Hauptgang, weiß nicht, wenn man dir dann den, weiß nicht, irgendwie den Eintopf bringt oder sowas, der Sattmacher, so. Dann ist das schon, dann ist das schon bestimmt auch schon lecker, aber irgendwie die raffinierte Vorspeise irgendwie, wo ganz, ganz viel mit Säure und Süße balanciert wurde und wo irgendwie ein Einhappen, das weg ist, aber man denkt so, wow, wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Sellerie-Wurzel so schmecken kann oder sowas, das ist das, woran man sich dann am Ende eher erinnert. Und ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein schönes, eine schöne Vorspeise, irgendwie ein cleveres, kleines, kleines Dings, so, und das ist, das ist cool. Ja, apropos Essen, wie wäre es mit Fisch? Ich freue mich sehr, über das nächste Spiel mit dir zu sprechen, weil uns das auch Gelegenheit gibt, über so ein Genre zu sprechen, das zum Beispiel auf TikTok sehr verbreitet ist, nämlich das Cozy-Spiel. Ich habe den Begriff, du wirst lachen, gestern zum ersten Mal gehört. Da war ich bei einer gemeinsamen Bekannten und sie hat erzählt, sie spielt Shooter und Cozy Games. Cozy Games, genau, Cozy Games sind ein diffuses Genre, meistens Stardew Valley, in dem es darum geht, dass Leute irgendwie sagen, ja, das ist so ein schönes, gemütliches Gefühl, das ich habe, wenn ich das spiele. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Spiele, die tatsächlich so sind, aber es eignet sich gut für so eine TikTok-Ästhetik-Vibe-Videosache, dass man dann zeigt, hey, guck mal, ich habe hier meine kuschelige Decke, ich habe meine warme Tasse Tee, meine süßen Kopfhörer und jetzt verbuddel ich mich mit meiner Switch und spiele ein Cozy Game und so. Und das ist eine süße Vorstellung, die bei mir in der Realität niemals vorkommt. Deswegen war ich immer so, ist etwas mit mir kaputt, dass ich nicht Cozy sein kann mit Games. Ja, Dennis. Bis Dredge kam und irgendwie ein Cozy Game für mich wurde und zwar, weil es dann nämlich noch eine zweite Ebene hat, nämlich eine Eldritch-Ebene. Jetzt hast du aber die zweite Eldritch-Ebene eingeführt, ohne zu sagen, worum es überhaupt geht. Das stimmt. Das stimmt. Es ist ein Spiel, in dem wir ein Fischermensch sind, ein Mensch auf einem Schiffsboot. Ein Typ mit Boot. Ein Typ mit Boot wahrscheinlich und man tuckert durch die Gegend auf seinem Boot, guckt da so von oben, oben von hinten drauf, so mit so einer freien 3D-Kamera und tuckert so über so ein, ähm, ja, cozy, ruhiges, ähm, Insel-Dings. Ja, so Inselwelt. Und fängt Fisch und dann gibt's da so, so, so kleine Verwerfungen im, im, im Wasser. Da sieht man so Fische, so ein bisschen rumschwimmen, da fährt man dann hin, drückt auf den Knopf und dann fischt man mit so einem kleinen Fishing-Minigame Fische raus, holt die an, holt die ins Boot und bringt sie zurück an Land, wo man sie dann beim lokalen Fischhändler verkauft und damit kann man sein Bötchen aus, äh, äh, verbessern und dann bessere Fische fangen, äh, größere Fische. Ein Hammer-Kopf-Schei, Hammer-Hand-Shark, wie nennt man den auf Deutsch? Aber, äh, Hammer-Hai. Hammer-Hai. Das ist, das ist tatsächlich, äh, ja, ja, das ist so. Ich find das auch, ich hab immer nach einem Namen für diese Art von Spiel gesucht, wo du, wo du so eine Progression hast ähm, und du schon sozusagen was machen musst, aber nicht so hart gefordert bist, ja? Ja. Nicht so, also dir springt da nichts ins Gesicht oder so. Ja. Und das ist, das ist das Spiel auf jeden Fall und diese, und diese Aufrüstungsprogression ist auch sozusagen, hat ja mehrere Ebenen, ne, also du kannst ja das nicht einfach kaufen, sondern du musst dann irgendwie Technologien freischalten durch bestimmte Dinge, die du auch finden kannst und dann musst du Rohstoffe sammeln an Schiffsrugs und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt's auch ne Geschichte, die schon ne Geschichte ist, also nicht so mega krass, aber auch nicht so, dass es irgendwie emergent narrative ist. Ähm, und dann fängst du halt irgendwie Fische und Fische und das ist alles ganz schön. Und dann fängst du irgendwann deinen ersten Fisch, er hat zwei Köpfe und ist ganz schleimig. Genau, und das ist dann nämlich der Eldritch-Part in Drench. Äh, es ist nämlich natürlich nicht ein entspanntes, ruhiges, süßes Insel-Atoll oder was auch immer, wo man da unterwegs ist, sondern es ist natürlich ein Eldritch-Cthulhu-eskes, düsteres Horror, ähm, Welt, wo mutierte, schreckliche Monsterfische im Wasser lauern, die man dann fängt und dann für mehr Geld verkaufen kann, weil es ist natürlich immer besser, einen schrecklichen, grässlichen, schleimigen Monsterfisch mit viel zu vielen Zähnen zu fangen. Da freut sich der lokale Fischhändler. Warum? Hm, man weiß es erst mal nicht. Und in manchen dieser schleimigen Fische sind komische Artefakte, für die sitzt ein anderer Typ. Warum? Ja, und so ist dann eigentlich das Spiel. Also man wird dann durch diese Welt geschickt. Am Anfang einfach, weil man Fische fangen muss, Schulden abbezahlen muss und irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Und dann später, weil man dann so einem, ja, so einem mysteriösen Fremden in einem, auf einer verlassenen Insel hilft, Artefakte in der ganzen Welt zu finden, die mit irgendwelchen Eldritch-Zauberei-Sachen zusammenhängen. Und ich dachte, also ich dachte, das Spiel hatte so ein bisschen Hype vorher, äh, weil das einfach eine funky Idee ist, so ein Fischereispiel zu verbinden mit so Horrorelementen. Und ich war dann total überrascht, weil ich dachte, oh Mann, das wird so ein richtig, richtig gruseliges Spiel. Das wird so ein Horror-Ding. Aber es ist doch überhaupt, es ist überhaupt nicht gruselig. Es ist total, es ist total cozy. Es hat aber, aber ich glaube auch, weil, ich glaube, es funktioniert für mich als cozy Spiel, weil es nämlich, also es hat diese cozy Progression. Du fährst raus aufs Wasser, du fängst ein paar Fische, ein paar von ihnen sind gruselig, wer weiß. Und es hat aber auch so ein kleines bisschen, bisschen so Tension, so ein bisschen Spannung, weil es hat einen Tag-Nacht-Rhythmus. Tagsüber fährst du aufs Wasser und dann, wenn es dunkel wird, dann passieren komische Dinge. Dann sieht man so eine kleine Augenanzeige oben in der Mitte des Bildschirms. Die huscht dann so immer mehr hin und her, hin und her, hin und her. Das zeigt, dass du auf dem Schiff bist und Panik hast, weil es nacht ist und du weißt nicht, was da ist. Und plötzlich ist da Nebel, der alles verdeckt. Du siehst überhaupt nicht mehr, wo du hinfährst. Und dann tauchen komische, komische Felsen plötzlich aus dem Wasser auf. Oder irgendein mysteriöses Boot, das dich anhubt im Nebel und so. Oder Vögel, die aufs Boden wieder gehen. Oder Vögel, die dich plötzlich verfolgen und so. Also dann wird es so ein bisschen gruselig. Und ich glaube, genau diese Angst vor der Dunkelheit, die dann da ist, die fügt dem genau die nötige Dosis an so Herausforderung und Tension hinzu, damit es nicht langweilig ist einfach, für mich jedenfalls. Ja, also ich war erst mega skeptisch. Und habe dann irgendwie zu viele Stunden mit diesem Spiel zugebracht. Aha, ja. Und fand das aber, es ist wirklich so, ich frage mich bei solchen Dingen, ist das wirklich ein gutes Spiel oder ist das einfach so ein Endorphinausschütter? Aha. Aber wenn es mehr Endorphinausschütter ist, ist es dann nicht einfach auch ein gutes Spiel. Und es funktioniert echt auch relativ lange. Also die Progression ist gerade genug. Die Aufgaben sind die richtige Mischung aus, man weiß Bescheid, aber es ist doch immer noch so ein bisschen was Neues. Ich bin jetzt so, und das Witzige ist, ich war zwischendurch an dem Punkt, wo ich dachte so, aha, also dieses Boot ist so ein bisschen clunky zu steuern auch. Achso, und es gibt noch was ganz Tolles, das ist Time Moves When You Do, also wenn du im Schiff einfach irgendwo stehst, dann geht die Zeit nicht weiter, sondern die geht nur weiter, wenn du was machst, also fährst oder fischst oder irgendwie. Super cleverer Idee. Das Spiel heißt übrigens Dredge. Das haben wir, glaube ich, bis zu dieser Stelle noch ... Haben wir einmal erwähnt, aber ... Haben wir erwähnt? Okay, ich bekomm's vor. Man kann auch Dredgen, also sozusagen Schiffswrackteile aus dem Wasser. Und dann vergeht halt Zeit. So, und das ist also alles irgendwie sehr beschaulich und betulich. Und dann kam ich in Kapitel 3 an eine Stelle, wo ich da sagte, aha, jetzt muss ich also doch mit diesem kleinen Clunky-Boot, was so ein bisschen behäbig ist, irgendwie schnell, schnell, schnell machen. Stellt sich heraus, nein. Das zeigt das Spiel auch. Aber jetzt bin ich in einem Level, was irgendwie sehr eng und verkantet ist, wo es aber wirklich dann darum geht, vor Sachen wegzufahren. Also wo die Lösung des Problems wirklich ist, das greift dich an, du musst wegfahren. Und das finde ich schade. Das finde ich ... Ich habe auch gerade neulich drüber gesprochen. Es gibt so viele Spiele, die haben eine Sache und machen die gut. Und die müssen immer so was haben. Die müssen immer so ein Action-Ding, so ein Core-Gaming-Skill. Also das ist bei Weitem nicht dramatisch, was man da machen muss. Aber es ist halt das entscheidende Ding, also nicht das entscheidende, aber es ist halt das Ding in die falsche Richtung. Ich glaube, ich weiß ganz genau, ganz genau, was du meinst. Ist es so diese Inselketten, wo man Dinge auch sprengen muss später? Nee, das ist genau nicht. Das ist genau das, wo der Verdacht aufkommt. Und dann ist es aber ganz anders. Soll ich spoilern? Ja, kannst du machen. Es ist so, dass du ... Das sind die Mangroveninseln? Nein, die Mangroveninseln tauchen ... Ah, okay, da bin ich noch nicht. Was? Da bin ich noch nicht, okay. Aber was meinst du mit Sprengen? Ach so. Nee, das ist noch was ganz anderes. Das ist einfach nur ... Das ist sozusagen so eine ... Das ist das kleine bisschen Metroidvania, was dieses Spiel auch noch in sich drin hat. Es gibt so gewisse Dinge, da kannst du ranfahren, da steht dann drin, das ist Schutt. Hier ist Schutt. Das könntest du wegsprengen. Das kannst du dann wegsprengen. Aber das ist nur eine Ressourcenfrage. Nee, ich meine, das erste Mal, wo man das macht, diese Schutt-Mechanik auch hat, wo man dann Dinge wegsprengt, da trifft man auch ein Monster im Wasser, das dich dann auch verfolgt. Und vor dem man wegfahren muss. Hä? Das hab ich schon wieder vergessen. Und das ist der schreckliche Effekt von Bredge, einem Spiel, das uns in den Wahnsinn treibt und wo man den Horror vergisst. Aber das ist das Lustige, ne? Das musst du eben nicht. Du musst nicht ... Also ja, wenn das Monster an dir dran ist, dann musst du wegfahren. Aber das Monster fährt halt einfach Wege. Du kannst doch gucken, wann's nicht da ist und dann ... Ah, okay. Dafür war ich zu blöd. Und so ist das Spiel halt tatsächlich bis zum Ende. Oder ich weiß nicht, ob am Ende, aber so sequenziert es bei Kapitel 4. Und da ... Ah ja. Gibt's dann wieder so ein paar Action-Sequenzen. Okay, muss ich auch mal gucken, weiterspielen, wie das auf mich dann wirkt. Und das Ding ist, ich bin jetzt so am Zweifeln, ob ich weiterspiele. Weil ... Gerade irgendwie keine Zeit und so. Und ich find's bei dem Spiel ... Also die Geschichte ist sozusagen hinreichend interessant, dass ich wissen wollen würde, wie der Collector mich übers Ohr haut. Weil das sicherlich was ist, wo man dann feststellt, oh hey, jetzt hast du ihm alle Artefakte gebracht, jetzt geht die Welt unter und du bist quasi schuld. Und dann kommt noch mal ein Kapitel. Also das ist meine Vermutung, weiß ich nicht. Aber ich hatte bis jetzt eine sehr, sehr gute Zeit damit. Wäre auch okay. Total. Aber ich bin halt auch wirklich so fasziniert davon, dass es ... Also wirklich, das ist das erste Mal oder so was, dass ich quasi eine Coziness bei einem Spiel fühle. Aber wirklich einfach nur durch diesen exzellenten Rhythmus, den es hinbekommt. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann verfolgt wird und dann, dass irgendwie mehr Action reinkommt oder ob mich das dann nervt. Aber bis zum Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, war es einfach dieser total tolle Rhythmus. Du fährst raus, du holst Fische, da kommen mal irgendwelche gruseligen Dinge, vor denen man wegfährt. Aber dann kuschelt man sich abends irgendwie in der Stadt ein und schläft eine Nacht drüber. Und dann fährt man zurück, verkauft Fische, dann hat man ein kleines Upgrade und so. Und ja, mir geht's da so wie dir, dass ich mich dann auch frage, ist das wirklich ein gutes Spiel? Oder ist das einfach nur ... Oder ist das ein Progression-System, das man in einem Spiel gekleidet hat oder so? Aber es funktioniert halt so. Es tut auf jeden Fall das, was es tun soll. Ich spiel das und merke nicht, wie die Zeit vergeht und hab ne gute Zeit dabei. Also ich fühl mich dann auch nicht eklig, wie häufig bei sowas, wo es nur um die Metaprogression geht, dass man dann denkt, was hab ich da getan? Die irgendwie vier Stunden damit verbracht, dass am Ende irgendwelche Zahlen nach oben gehen. Und hier hab ich einfach das Gefühl so, ja, das war cool. Ich hab ein bisschen was Neues entdeckt, ein bisschen rumgefahren, neue komische, gruselige Leute getroffen, einen komischen neuen Fisch gefangen. Ich habe noch einen Gripe mit dem Spiel. Okay. Und das ist, ey, Leute, Leute, wenn ihr keine Minimap macht, wir hatten es auch in der letzten Folge, hört gerne noch mal rein, wenn ihr keine Minimap macht, macht die Map accessible, for God's sake. Also das Ding ist sozusagen, du bist halt auf dem Schiff, du bist auf dem See und wenn du grob wissen willst, wo du bist, dann musst du auf die Minimap gucken. Die Minimap ist drei fucking Knopfdrücke von dir entfernt. Warum? Ja, das stimmt. Warum? Und der andere Punkt ist, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich eine Karte habe und das zur See stattfindet, dann will ich zur verdammten Hacke nochmal Points of Interest auf der Karte markieren können. Was stimmt mit euch nicht? Ich habe wirklich, ich habe in einem so einem, also gerade auch in dem Gebiet, das war so mega verwinkelt, ja, also wo es auch nicht so, wo du nicht irgendwie dreimal durchfährst und dann weißt du, ah, hier ist links, rechts, oben, unten und so weiter und da ist die Hütte und da ist der Typ, sondern so ein ganz verwinkeltes, verkrökeltes Ding, wo du dich jedes Mal drin verirrst, was auch eine fantastische Experience ist. Aber da hatte ich eine Sache gefunden, von der ich fälschlicherweise annahm, dass sie dann auto markiert wird auf der Map, wurde sie nicht und es gibt keine Möglichkeit. Liebe Leute, wenn es auch so geht, mein Kniff war folgender, man versenkt, man hat immer eine Krabbenfalle dabei, man versenkt vor Points of Interest eine Krabbenfalle, weil die werden auf der Karte markiert. Das stimmt. Okay, Markus, Krabbenfallen, Trickrichter, so sieht es aus. So sieht es aus. Ja, aber ansonsten, ich glaube, kriegt von uns eine coveted Indie-Fresse-Empfehlung. Also kann man auf jeden Fall machen. Kann man, kann man, ja. Kann man bedenkenlos machen. Ja, kleines Meta noch, also was auch zur heutigen Sendung passt, das Steam Deck. Das ist einfach immer wieder fantastisch. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was für eine großartige Maschine das ist. Ja, 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 Und so cozy, ne? Ich hab mich dann mit einer Decke auf die Couch gekuschelt, mir einen Tee gemacht, Dredge, schön. Ne, und ich find auch, also ich find auch, was, also ich wechsle jetzt vielleicht das Thema, was Valve da geschafft hat, ist auf irgendeine Art und Weise faszinierend, weil zum Beispiel hat, ähm, Asus jetzt angekündigt, auch so ein Ding rauszubringen. Mhm. Und das soll dann viel leistungsfähiger sein, und so weiter und so fort. Aber das wird natürlich viel, viel teurer. Und ist dann vielleicht gar nicht mal besser. Und dieser Sweet Spot, den die da getroffen haben, zwischen, es ist eigentlich ein bisschen zu groß, aber es ist cool genug, und, äh, du willst einfach gerne drauf spielen, also diese Indie-Maschine, die die wirklich entworfen haben, ist das, Ja. Ich bin, ich bin so, und ich bin, ich bin ja selten bei Hardware irgendwie begeistert, und man kann ja auch bestimmt viel aufsetzen, aber ich stelle immer wieder fest, wie viel von meinem Gaming-Alltag auf diesem Gerät stattfindet. Mhm. Das finde ich fantastisch. Ja. Fantastisch. Ich wollte das Ding nicht mögen, ich mag's total. Ich dachte, es wird, ich brauche das nicht, das ist grässlich, nein, danke, aber, aber, ja, aber doch. Kann man nix anderes sagen. Yes. Ähm, so, das wär's eigentlich schon, oder? Für heute? Das wär's, was die, was die Spiele angeht, wir haben, wir versuchen eigentlich immer in jeder Folge, dann nochmal, quasi in der zweiten Hälfte, oder im letzten, letzten Drittel, je nachdem, so ein paar, paar andere Sachen zu sprechen, meistens besprechen wir uns vorher, was wir da so, uns gegenseitig mitgebracht haben, dieses Mal haben wir das ausgelassen, deswegen hab ich gar keine Ahnung, was du mitgebracht hast. Äh, nicht, ich will nur zwei Dinge sagen, also, ich will mich eine, ich will mich noch einmal aufregen, Okay. Und ich will ein Ding sagen, das eine ist, ähm, das machen wir ganz am Ende, wie sich das gehört. Das andere ist, Diablo 4. Mhm. Ähm, ich hab hier sehr nostalgische Erinnerungen an Diablo 3, weil wir da zum Launch uns Collector's Editions gegönnt hatten, und dann das Spiel innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Tagen durchgespielt haben. Ich glaub, du warst auch dabei, oder? Ja, 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 genau. Du, äh, Freundin und Zerstörer Dom. Mhm. Wir waren, glaub ich, die Diablo 3 Party. Da hab ich immer noch total, ähm, schöne Erinnerungen dran. Und jetzt erscheint Diablo 4 und ich weiß nicht so richtig, also A, sind wir alle zu alt, um sowas noch zu machen? Mhm. Hätte jemand drauf Lust? Aber wer, wieso hat Dennis keine Playstation? Also das Gute ist ja, das Gute an Diablo 4 ist ja, also das, das, dass man da, dass man das hier so Cross-Dingsbums spielen kann. Das geht? Soweit ich weiß. Ja. Ah, okay. Gut, dann, dann ist ja schon mal eins aus dem Weg geräumt. Vielen Dank. Das andere, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, ist, ähm, ich bin, ich bin ja nicht so ein Sammler. Ja, also ich hab hier so ein bisschen Computerspielekrams rumstehen, das ist aber vor allen Dingen irgendwie PR-Krams. Ich habe in meinem Leben zwei Collector's Editions gekauft, glaube ich. Das eine ist Shadow Tactics und das andere, also einfach aus so einem Sympathiebonus, nicht, weil ich das so mega geil fand. und das andere ist Diablo 3. So, dann dachte ich so, Markus, du bist immer noch kein Sammler, aber in der guten alten Zeitwähne, wie wäre es, wenn du dir Diablo 4 einfach auch gönnst? Weißt du, wenn du dir einfach das, so nur aus Quatsch. Dann habe ich nachgeguckt und es gibt keine Collector's Edition, es gibt eine Collector's Box, die irgendwie 110 Euro kostet, wo das fucking Spiel nicht drin ist. Und da fühle ich mich wie ein alter Mann. Was ist denn in der Welt geworden? Was soll das? Das fand ich so witzig, als ich das gesehen habe. Das hat ja Gründe auch. Welche? Das hat ja total verständliche, oder ich weiß nicht, ob sie verständlich sind. Die Gründe sind, ich kann es dir zumindest erklären, wie die offiziell... Die Gründe sind Kapitalismus. Sag es, wie es ist. Nein, die Gründe sind, man müsste ja, also das ist ja ein Spiel, das auf ganz, ganz vielen Plattformen herauskommt. Nämlich Xbox, Playstation, PC und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es auf der Switch kommt. Ich glaube nicht. Aber egal. Also auf jeden Fall auf mehreren Plattformen. Und dann müsste man ja für alle diese Plattformen diese Collector's Boxen machen. Und dann ist das so, vielleicht ist eine Plattform weniger gefragt als die anderen, nämlich die Xbox. Und dann müsste man, und dann müsste man aber irgendwie, und dann ist das ganz, ganz... Das ist so ein Null-Argument. Das ist so ein Null-Argument. Stattdessen, weil... Das ist ein Nachhaltigkeits-Argument. Nee, das ist ein Null-Argument, weil du produzierst die, also, ah, wenn du die nachhaltige Lösung willst, ist, du produzierst das fucking Ding so, dass da eine Disk reingelegt wird oder ein Code. Also lieber eine Disk, weil Collector's Edition. So, und dann hast du eine Standardbox für alle Plattformen, wo einfach nur die passende Disk reingelegt wird. Oder wenn du die kapitalistische Variante willst, du willst mir nicht im Ernst erzählen, dass in der Adjust-in-Time-Produktion-Zeit die nicht noch Kohle draus machen, weil es natürlich Leute geben wird, die sagen, was? Jede Plattform hat eine eigene Collector's Edition? Catch them all! Ja, aber auf jeden Fall, okay, aber hast du dir nicht gekauft, diese Box? Nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also, ich kann, ich kann von mir rechtfertigen, ich kaufe das Spiel in der überteuerten Variante. Das geht. Aber ich kaufe einfach teuren Quatsch. Mhm. Das geht nicht. Und das will ich auch nicht. Okay. Weil das ist, das ist, das ist dann so, ich weiß nicht, warum ich daran so aufhänge, aber ich bin sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Okay. Diese ganzen, diese ganzen Blizzard-Skandale, ja gut, mei, aber diese Box, jetzt sind sie zu weit gekommen. Oh Gott, nein, Dennis, ich will jetzt nicht mal, dass es als Verdacht aufkommt. Komm, lieber zu deinem Thema, was hast du noch mitgebracht? Ähm, ich bin total versunken und begeistert. In Dreads? Nein, in der neuen Double Fine Doku, die vor kurzem rausgekommen ist. Psych Odyssey heißt die. Das ist eine Doku von, wieder von Two-Player Productions, also Doku-Team, die Double Fine, das Studio von Tim Schafer, der Monkey Island und so weiter und so weiter gemacht hat, die die schon mal begleitet haben, nämlich als sie Broken Age gemacht haben, so das erste, den ersten großen Kickstarter-Adventure-Hit vor ein paar Jahren. Und dieses Mal haben sie sie halt begleitet in der Entwicklung von Psychonauts 2. Und das ist jetzt einfach alles so rausgekommen, so einfach alles zusammen, so pusch, irgendwie über 30 Folgen, jeweils, weiß nicht, 20 bis zum Teil über eine Stunde lang. Und das ist fantastisch. Das ist so krass gut. Weil die Doku-Leute wirklich dieses Spielstudio-Team sehr, sehr lange Zeit begleitet haben, da total viele Dinge mitbekommen. Und ich hatte neulich in einem Podcast die Formulierung gehört, das ist total, diese Doku ist total geil, weil vorher hatte ich so eine 5-prozentige Ahnung davon, wie Spiele wirklich gemacht werden. Und jetzt, jetzt habe ich so 10 Prozent Ahnung, wie Spiele wirklich gemacht haben. Das fand ich total schön, diese Formulierung, weil ja, so fühlt es sich wirklich an, weil man da so wirklich so deep hinter die Kulissen schaut. Also so wirklich sieht, aha, okay, wie funktioniert das, wenn sie so ein Level machen? Dann gibt es irgendwie Meetings, wo sie so Sachen vorschlagen von wegen, hey, wie wär's, wenn das Level ein Bonsai ist, ein Miniatur-Bonsai und der ist im Gehirn von diesem einen Charakter. Oder dann kommen Leute so, nee, 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 der muss irgendwie, der ist betrunken, der ist Alkoholiker und also das Wasser ist, also das Meer aus Alkohol und dann muss das irgendwie, dann muss man das irgendwie drainen, um seine Erinnerungen hervorzurufen. Aber dann sind die Erinnerungen schlecht und so was. Und dann sind Leute so, hä, aber dann ist das, dann heißt es plötzlich, der Alkohol ist gut, weil es ihm hilft, irgendwie Dinge irgendwie zu verdrängen und das ist nämlich, irgendwie gut, Dinge zu verdrängen. Das funktioniert doch so nicht irgendwie so als Argument. Und dann soll das so, ja, stimmt, scheiße, oh Mann, wie machen wir das? Und dann bauen sie irgendwie diese Level aus, so einfach Boxen und Grey Boxes und währenddessen passieren andere Dinge. Und das Tolle ist, wirklich das Erstaunliche ist, gar nicht so sehr, was da so passiert, sondern ich finde, was Tolles ist, dass die oft einfach die Leute filmen, wie sie gucken. Also oft gibt es da einfach so Close-Ups von den Gesichtern, von den einzelnen Entwicklerinnen, Entwicklern. Und also mir geht es so, dass ich dann aus diesen Gesichtsausdrücken da so ganz viel ablesen kann. Also es gibt zum Beispiel so eine frühe Folge, wo der Projektleiter von so einem VR-Projekt kündigt, irgendwann. Und das ist so witzig, weil in der Folge sieht man, wie er immer überforderter und erschöpfter und fertiger ist von diesem Projekt. Und dass da Tim Schäfer, der Chef des Studios, da irgendwie immer dabei sitzt und irgendwie seine Autorität unterminiert und irgendwie immer da ist und dann irgendwie doch noch irgendwas anderes von ihm will und so weiter und so fort. Und man merkt, wie ihn das irgendwie also wirklich innerlich fertig zu machen scheint und dann am Ende kündigt er. Und Tim Schäfer ist so, ja eigentlich komisch, der war doch so gut drauf die ganze Zeit, die letzten Monate, war er so gut drauf. Und dann denkst du so, boah, du hast es auch einfach nicht gemerkt. Aber ich meine, klar, gut, man sieht natürlich auch nur einen Ausschnitt. Aber wird es dann kommentiert? Oder wird es einfach so stehen gelassen? Nee. Nee, es wird einfach so stehen gelassen. Also das finde ich irgendwie auch ganz cool, dass es dann so ein bisschen interpretationsoffen ist, ist, was man, wie viel man da rein lesen möchte oder auch nicht. Also vielleicht überinterpretiere ich da das auch und so. Aber es wirkt auf jeden Fall interessant auf mich. und man kommt irgendwie den Leuten total nahe dadurch. Oder so scheint es jedenfalls. Ich kann es echt empfehlen. Kann man sich einfach auf YouTube reinziehen. Und es ist richtig, richtig toll gemacht. Okay. Schaut mal rein. Und wenn ihr gerade im Internet seid, schließt doch ein Steadyabo ab. Oh ja. Dazu noch zwei Sachen. Das eine ist, es haben, also uns, also wir bewegen uns in relativ kleinen Zahlen. Wenn ich jetzt sage, mehrere Stimmen sind das halt irgendwie eine Handvoll. Aber es gibt sozusagen gelindes Interesse daran, tatsächlich zu wissen, wie das genau mit dem Steady läuft. Das kollidiert in dieser Folge ein bisschen, weil wir nehmen die Sendung auf, wo die nächste Steady-Auszahlung noch nicht da ist. Die wird aber veröffentlicht, wenn sie schon da ist. Bear with us, in der nächsten Folge gibt es dann wieder Kassensturz. Und das andere ist, da bin ich ein bisschen am Überlegen, das ist natürlich totaler Quatsch, aber warum nicht? Überlegen kostet ja nichts erstmal. Ich frage mich, wie sich das mit den Zahlungen entwickelt. Und wenn wir sozusagen so bleiben, wie wir sind, also eine kleine cozy Community haben, ob es sich nicht dann tatsächlich lohnen würde, von dieser Plattform wegzugehen. Weil ich glaube, je kleiner man ist, desto mehr machen sich die Dinge, die hängen bleiben, bemerkbar. Aber weil die Bank, die mein Podcast-Spendenkonto hat, eh gerade zumacht, wo ich das doch alles umziehen muss, ist das vielleicht, aber es ist nur so eine Idee, also liebe HörerInnen, falls ihr da vielleicht Meinung zu habt, irgendwie wie ihr das seid, auch vielleicht eine Überweisung zu tätigen, statt ein Steady-Abo abzuschließen, wäre das auch interessant zu wissen. Genau, ansonsten vielen lieben Dank für alle, die weiterhin ihre Abos halten. Genau, und das war's, oder? Ich glaube, ja, dann war das eine cozy, cozy kleine Folge mit zwei cozy, cozy kleinen Spielen, die wir interessant finden. Storyteller. Dredge. Wie ich gerade dachte so, hey, das ist heute so eine richtig kurze Folge, wie wir es angedacht hatten damals, als wir gesagt haben, dass wir zwei wöchentlich, aber wir sind schon wieder bei 45 Minuten, hey! Naja. Es ist einfach, es ist einfach schön mit dir. Weißt du, das stimmt, mit dir auch, Dennis. Ja. Weißt du schon, was du als nächstes spielst? Tatsächlich, tatsächlich nicht so ganz. Ich wollte reinschauen unbedingt in Clash Artifacts of Chaos, weil man da einen merkwürdigen, eine merkwürdige Figur spielt und gegen Monster prügelt und die Geschichte soll sehr interessant sein. Von Jonas Kirazzi, Jonas Kirazzi ist geschrieben. Wollte ich mir, wollte ich mir mal anschauen und ansonsten, ich weiß es nicht, es ist so, keine Ahnung. Und du? Also ich weiß es auch noch nicht, etwas hat meine Aufmerksamkeit erhascht, weil eine mega peinliche PR-Formulierung drin vorkommt. Okay. Also, das Spielstudio heißt Rogue Sun und wird in der Pressemeld bezeichnet als Crafters of Artisanal Interactive Entertainment. Uh! Das ist so, ja, wir bauen unsere Kaffeebohnen selbst an und rösten sie von Hand. Wo ich so, ey Leute, bitte. Also, vielleicht tut man ihnen total Unrecht, aber ... Ich dachte, das würde bei dir offene Türen einrennen. Nee, das ist ein bisschen über, da fühle ich mich ein bisschen überhipstert. Aber das Spiel klingt ganz spannend. Tin Hearts soll ein Narrative Puzzle Adventure werden. Mit so kleinen Spielzeugseidaten und dann soll aber irgendwie auch eine Geschichte drin stecken über einen viktorianischen Erfinder. Und da bin ich dann wieder total dabei mit viktorianischen Erfindern und Spielzeug und Ding und so. Okay. Also, aber ich weiß noch nicht, Hunos, vielleicht nächste Folge, hört rein, kommentiert, teilt, schließt Abos ab, habt uns lieb und bis zum nächsten Mal. Markus Richter und Dennis Kogel sagen Ciao. Tschüss.